Das sind nicht fünf, das sind Millionen von Viren, ja. Hadi, hadi, hadi. So, jetzt kommt jemand und der wird es sagen. Ich meine, immerhin haben wir jetzt endlich etwas Gemeinsames, etwas, das uns alle verbindet, uns alle betroffen macht. Ganz unabhängig vom Bildungsgrad, Glaubensrichtung oder Herkunft, arm oder reich. Vor diesem Coronavirus sind wir alle gleich. Ist ein Virus, la. Wasch die Hände, ja. Ja, wasch die Hände. Andere waschen Geld, andere in Auto. Aber du, wasch die Hände, ja, bitte, ja. 2020. Und wir sind noch beim Händewaschen, ja. Wenn 2000 Jahre zurück wären und es um Feuermachen gehen würde, ja, von mir aus. Aber Händewaschen, ja, bitte, ja. Wasch die Hände, ja. Die haben mich gefragt, die wollten, dass ich das sage. Oh ja, der wirtschaftliche Verlust, der tut uns allen bei, ja. Aber der grösste Verlust hier draussen, der könnte uns bevorstehen, wenn wir all die Weisheit verlieren. Die alten Menschen hier draussen, ja, die müssen wir besonders schützen. Das sind die wahren Schätze. Das ist schon ein Abstander. Das ist schon ein Abstander. Das ist schon ein Abstander. Bis zum nächsten Mal.